Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Maitrank. Maitrank ist ein traditionelles Luxemburger Rezept für ein klassisches Getränk aus Wein und Kognak, das mit Zucker gesüßt und mit Orangen, Zitronen und Waldmeister aromatisiert wird. Das Getränk wurde in der Gegend um das heutige belgische Alon getrunken, doch tatsächlich wurde es 840 n. Chr. von den Mönchen der Eifeler Abtei Prüm entwickelt. Wie in vielen deutsch geprägten Getränken wird hier Waldmeister als Aromastoff verwendet. Die Blätter des Waldmeisters sollten Anfang Mai gepflückt werden, bevor die Pflanze blüht. Für 4 bis 6 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Liter Riesling oder Elbling, 50 ml Konjak de Champagne, 500 g Zuckerwürfel, 3 Bio-Orangen, in Scheiben geschnitten, Bio-Zitrone, in Scheiben geschnitten, 15 Blätter Waldmeister. Folgende Utensilien werden benötigt. Keramiktopf, Kartoffelstampfer, Küchensieb mit Passiertuch, 2 Flaschen, je 0,7 L. Zubereitung Die Flaschen und Verschlüsse sterilisieren. Die Zutaten in einem Keramiktopf mischen und mit einem Kartoffelstampfer zerkleinern. Abdecken und 48 Stunden zum Marinieren beiseite stellen. Nach Ablauf dieser Zeit passieren, dann in Flaschen füllen und verschließen. Bis zum Verbrauch im Kühlschrank aufbewahren. Anrichten Mit einer Orangenscheibe dekorieren. Der Mai-Drank wird gerne mit einem Schuss eiskalten Champagnas oder Cremens serviert. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Mit einer Orangenscheibe der Zubereitung